Auf unserer Reise durch die Chemie haben wir bisher schon einiges gelernt über die Interaktionen zwischen Molekülen und was beispielsweise Metallmoleküle machen mit diesem See von Elektronen außenrum. Und es ist wichtig, dass wir uns mal über allgemeine Interaktionen unterhalten und die letztendlich auch den Siedepunkt oder den Gefrierpunkt von Substanzen bestimmen. Nehmen wir beispielsweise wieder Helium, nehmen wir mal das Periodensystem, wo ist Helium? Das ist hier rechts oben. Was ich jetzt mit Helium mache, könnte ich aber auch mit jedem anderen Edelgas machen und die sind wichtig, weil ihre äußersten Orbitale sind ja voll gefüllt. Wir nehmen also mal statt Helium Neon. Es ist völlig glücklich, also Neon ist völlig glücklich mit sich selbst. Warum? Weil es acht Elektronen in seiner äußersten Schale hat. Und jetzt gibt es für das Neon überhaupt keinen Grund, warum es irgendwie reagieren sollte. Diese Elektronen sind einfach perfekt hier um den Kern herum und das heißt, diese Atome, die fliegen einfach durch die Gegend und die ziehen sich nicht gegenseitig an. Und deswegen ist es eigentlich auch niemals flüssig, das Neon. Und jetzt zeigt sich aber doch, dass bei ganz, ganz niedrigen Temperaturen eben es doch flüssig wird. Und da muss es also irgendeine Kraft geben. Bei ganz, ganz, ganz niedriger Temperatur, meistens sind es Gase, aber wirklich bei ganz, ganz tiefen Temperaturen gibt es eine Interaktion und Neon ist eben kein Gas mehr und dort gibt es eine Interaktion zwischen Molekülen. Und woher kommt nun diese Kraft? Und das kommt aus der Tatsache heraus, dass eben die Elektronen in Wirklichkeit in einer Wahrscheinlichkeitsfunktion sich bewegen und eben nicht so schön wie in diesen schönen zwei Punkten hier oben, wie diesen Doppelpunkten. In Wirklichkeit muss ich die Elektronen in einer Wahrscheinlichkeitswolke zeichnen. Und schauen wir uns nochmal die Elektronenkonferration an. Und 1s2, 2s2, 2p6. Und die Schalen in der höchsten Schale sind, ist es die 2s-Schale. Und wie sieht es also aus? Die p-Orbitale, das stellen wir uns dreidimensional vor, wie so Nasen, dreidimensional. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Jetzt kommt noch ein Neonatom, sieht so aus. Und ich zeichne jetzt einfach mal nur die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Und ihr wisst ja, wir haben uns auch die Elektronenkonfigurationsvideos angeschaut. Was ist jetzt aber eigentlich die Idee dahinter? Die Idee ist eigentlich, dass die Elektronen eigentlich überall sein können. Die können überall links sein, die können hier sein, die können alle auf der rechten Seite sein. Und wenn wir uns jetzt mal alle möglichen Konfigurationen von den Elektronen anschauen, ist eigentlich die, dass sie völlig gleich verteilt sind, eigentlich was sehr Unwahrscheinliches. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass die irgendwie ungleichmäßig verteilt sind. Also Neon kann beispielsweise auch mal so aussehen. Kann immer hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann sein, dass die mehr auf der rechten Seite sind. Und jetzt ist es eben so, dass das Neonatom eben vorübergehend auf der rechten Seite mehr negativ geladen ist, auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Jetzt kann eben das Gleiche passieren mit einem zweiten Heliumatom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind dann eben mehr auf der linken Seite. Nehmen wir an, das ist Neonatom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jawohl. Hier sieht es so aus. Ich mache es vielleicht nochmal in einer anderen Farbe, in einer dunkleren Farbe, weil es ist nämlich auch nur eine ganz schwache Kraft. Und jetzt wird es also so sein, das Heliumatom wird hier positiv sein und dann negativ. Und jetzt haben wir eben eine geringe, geringe, ganz, 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 ganz kleine Anziehungskraft zwischen den Atomen. Warum? Weil das Atom etwas ungleich geladen ist. Und es wird, ist also so, dass die Elektronen nie gleichmäßig um den Kern herum seien. Also es wird immer eine leichte Verschiebung sein. Und es wird also immer eine ganz, ganz leichte, polares Verhalten sein. Und es wird also immer ein bisschen eine extra Ladung auf einer Seite sein. Und die erlaubt dann einer gegengesetzten Ladung in einem anderen Atom, dass es das anzieht. Und das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Kraft. Die heißt London Dispersionskraft. Und also, das war ein, es war ein deutsch-amerikanischer Chemiker. Er hat nichts mit der Stadt London zu tun. Und diese London Dispersionskraft ist die schwächste der sogenannten Van der Waals Atomkräfte. Und die Van der Waals Kräfte ist eine Klasse von Kräften, die eben zwischen zwei Molekülen auftreten. Die Van der Waals Kräfte ist eigentlich ein Sammelbegriff für die verschiedenen Kräfte zwischen Atomen. Und die schwächste davon ist eben die London Dispersionskraft. Und als Beispiel habe ich eben das Neon genommen und wir sind jetzt also bei den Edelgasen angefangen. Und die Edelgase, die kennen eben nur diese London Dispersionskräfte. Und die treten eben auch nur bei Edelgasen und bei einer sehr, sehr niedrigen Temperaturen auf. Und dort ist es eben dann so, dass die Edelgase dann eben auch keine Gase mehr sind, sondern quasi eine Art Flüssigkeit sind und sich eben gegenseitig ein bisschen anziehen. Und gehen wir doch jetzt mal zu Molekülen oder zu Atomen, die etwas polarer sind oder die eben mehrere verschiedene Atome haben. Nehmen wir beispielsweise Wasserstoff oder Chlor. Chlor, Chlor ist hier. Chlor ist beispielsweise elektronegativ. Es ist nicht so elektronegativ wie diese super duper NOF, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor. Das sind die elektronegativsten, aber Chlor ist auch ziemlich elektronegativ. Nehmen wir beispielsweise Wasserstoff, Chlorid. Wir haben also Chlor. Es hat also sieben Elektronen. Und es teilt sich dann ein Elektron mit dem Wasserstoff. Und ich zeichne das mal so. Und warum? Weil das Chlor deutlich elektronegativer ist. Deswegen sind die Elektronen mehr auf der Chloridseite. Deswegen habe ich hier eine partiell negative und positive Seite ab. Und das ist ähnlich wie diese Wasserstoffbrückenbindung. Das ist eine sogenannte Dipolbindung oder eine Dipol-Dipolinteraktion. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe hier ein weiteres HCl-Atom. Und das kopiere ich jetzt einfach mal. Jawohl, jetzt habe ich das hier. Und was passiert jetzt? Und dann hast du folgende Situation. Ich habe hier diese partiell positive Seite und die negative Seite. Die ziehen sich also gegenseitig an. Und die positive Seite, der positive Pol, der wird durch, das ist die Wasserstoffseite, weil Chlor eben elektronegativer ist. Und diese positive Seite wird dann angezogen zu der mehr negativen Seite von dem Chloratom. Und diese Dipol-Dipol-Interaktion, die ist stärker als die London-Dispersionskraft. Und die London-Dispersionskraft kann theoretisch bei jedem Atom auftreten. Aber diese ist stärker und darunter ist aber noch eine eher London-Dispersionskraft. Aber eben diese Dipol-Dipol-Geschichte ist etwas stärker. Die ist viel stärker als die London-Dispersionskraft. Und warum? Weil Chlor eben elektronegativer ist und weil diese Kraft stärker ist. Deswegen werdet ihr bei dem Wasserstoffchlorid eher schneller auch einen flüssigen Zustand letztendlich sehen, weil eben die Atome sich etwas stärker gegenseitig anziehen. Und deswegen wird das Ganze schneller oder eben später auch ein Gas. Das ist die Dipol-Bindung. Und ähnlich ist es mit Wasserstoffchlorid, HFL. Und zeichne ich mal ein paar von denen hin. Und drei Stück, also Wasserstoffchlorid, Wasserstoffchlorid. Und Fluor ist also ultra-ultra-elektronegativ. Es ist eins von diesen drei besonders stark elektronegativen, die ganz, ganz rechts oben sind. Und da ist es quasi so, dass alle Elektronen die ganze Zeit beim Fluor sind. Und das ist also jetzt der Zustand einer ganz, ganz, ganz starken Dipol-Interaktion sein. Also hier sind sie negativ und hier sind sie positiv, hier sind sie negativ, hier sind sie positiv und so weiter und so fort. Und jetzt ist es quasi so, dass du eine ganz, 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 ganz starke Dipol-Interaktion kriegst. Und da nennen wir das schon eine Wasserstoff-Wasserstoff-Bindung. Und warum? Es ist quasi so, dass das quasi alleinig und ein positives Proton hier sitzt und ganz stark angezogen wird von der negativen Seite von dem Fluor. Und auch, das gehört auch zu den Wanderwals-Kräften, die Schwächste ist die London. Dann kommt diese Situation, dass du einen Dipol bekommst, beispielsweise von einem elektronegativeren und einem elektropositiveren. Und dann bekommst du die Interaktion zwischen dem negativen und dem positiven Dipol. Und die noch stärkere Variante ist eben die Wasserstoff-Brücken-Bindung. Und das ist da, wenn ich ein super negatives Atom habe und was quasi komplett das Elektron abzieht von dem anderen. Und machen wir es nochmal. Wir haben also die London-Dispersionskraft, wir haben den Dipol oder die polaren Bindungen. Und wir haben die Wasserstoff-Bindungen. Und alle diese drei sind Wanderwals-Kräfte. Das sind intermolekulare oder zwischen Molekülen oder zwischen Atomen auftretende Kräfte. Und die werden immer stärker. Warum? Weil du brauchst immer mehr Kräfte, um die Atome wieder voneinander zu trennen. Und wichtig ist, dass du das einfach mal erkennst und wie diese intermolekularen Kräfte auch bedingen, wie sich ein Siedepunkt oder ein Gefrierpunkt eines Moleküls letztendlich bestimmen lässt. Und wie sich ein Siedepunkt oder 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 ein Siedepunkt. Und wie sich ein Siedepunkt oder 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 ein Siedepunkt. Untertitelung des ZDF, 2020